Das war ein Fehler, sich mit uns anzulegen. Ihr wollt meine Freunde erledigen? Ich mach's gerade. Ja, genug gebrochen. Ich schon. Vor drei Sekunden jetzt wohl. Kommt das jetzt? War das jetzt? Endlich. Passt doch. Mhm. Krabungsort. Nee. Wo ist jetzt die Brücke? Irgendwo ist hier... ...de Ding. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Mal schauen. Vielleicht ist irgendwas Böses? Ach so, da geht's rein. Das würde ich nicht sehen. Ah, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die scheiß Brücke ist. Ich find die Questgeber immer nicht. Warum denn, ey? Ah. Ach nee, da oben ist er. Aber der sagt mir nix. Schön. Bitte erlaubt mir, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Griffith Smith. Ich bin Präsident der Historie. Glückwunsch! Dank euch bleibt ein Stück der Geschichte Erdmands unsterblich, bis es wieder kaputt geht. Kommt wieder, um die Brücke zu bewundern oder sogar zu überqueren. Mhm. Mach ich. Weil... 750, mein Gott. Da hinten ist der nächste. Kommt wieder, wenn die Brücke fragt. Ah ja, da hinten, ne? Ist der nächste. Äh, Auftrag, den wir jetzt machen. Weil, ich seh ihn grad und deswegen mach ich ihn. Ich will sowieso... Ähm, alle Ton öffnen. Und deswegen muss ich wahrscheinlich auch alle Gilden... äh, alle Quests machen. Äh, hört sich logisch an. Oh mein Gott. Hey. Ja, das war ein echter Volltreffer. Ja, jetzt ja. Gut geblockt. Und jetzt wird's noch nicht draufgehauen. Was war leicht zu blocken? Was hat na der... Ist der cool oder was, der blöde Idiot? Ich habe noch mehr davon. Block dem ja alles, die Drecksau. Oh Gott, gestorben ist. Boah. Ach, wieder so einer. So ein ganz cooler. Jetzt ja, ist tot. So. So. Und wir spielen ja auf Hardcore. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da gibt's ja irgendwas Spezielles, was Besonderes. Das will ich haben. Ja. So. Ausgezeichnet. Hehehe. Wo ist Brightwall? Ich geh da jetzt nicht hin. Hey, aber das... Ich grab kurz was aus. Und dann geh ich da hin nach Brightwall. Ich kann ja fliegen. Äh, ja, ich kann ja fliegen. Ich bin der Superman. Super... Mirina. Perle können wir mal verkaufen. Und da müssen wir ja jetzt irgendwo hingehen. Ah, in Morningwood gibt's wieder eine Quest. Aber wir müssen nach Brightwall, um da die Quest abzugeben. Um den Brief abzugeben. Äh... Ich will da den festnehmen? Nö. Nein. Nein. 55.000. Da ist der Schmied. Aber ich kann da nicht handeln. Ja. Civics. Bringt den Brief nach Brightwall. Was? Äh... Fünf. Hm. Eine Fiena ist mächtig. Mhm. Wo ist denn der Brief? Kehr zu Brian zurück. Mhm. Hm. Wenn ihr Brians garstige Zwerge endlich einfangen würdet, würdet ihr der Welt einen großen Gefallen tun. Das ist doch Brightwall. Ich geh mal zum Schmied. Kaufen? Nö. Oh. Oh, da auch nicht. Gut. Warum? Was soll es? Ist egal. Nee, da auch nicht. Dann machen wir halt woanders das. Im Morningwood gibt's ja auch... Dämonentür. Für Waffenkunde interessiert sich das? Ja, das ist interessant. Da geh ich mal hin. Ja. Da würde ich mal schauen, was jetzt die für uns will. Vielleicht will sie ja auch eine Waffe. Weil ich kenn hier mich ja ein bisschen aus. Ah, das ist da. Das ist ein Zufall. Da oben ist sie, glaub ich. Ja. Ich würd da gern mal eine raufmachen. Ihr habt so viele Schlachten gewonnen, aber haben euch all diese Siege wirklich etwas gebracht? Jaa. Dosteinige Verbrecher, Oberhäupter und Generäle! Vor euch haben Kriege geführt und ihresgleichen niedergemetzelt, bis die Erde rot war vor Blut. Mhm. Trotz dieses Blutvergießens werden noch immer aus denselben Gründen Kriege geführt. Die Kämpfe nehmen einfach kein Ende. Jeder Krieg verursacht neue Konflikte. Es wird Kriege geben, solange irgendjemand bereit ist, einen Krieg zu führen. Wahrscheinlich, ja. Es sei denn, ihr tötet die Kriegsführer. Dazu braucht ihr jedoch eine mächtige und verheerende Waffe. Hab ich. Besitzt ihr so etwas vielleicht? Sehen wir doch einfach einmal nach. Und, hab ich. Äh. Nein, die erste musst du nehmen. Oh, jetzt muss ich was machen. Oh, oh, genau das habe ich gemeint. Mir geht es hier um das Ende aller Krieger. Damit könnt ihr nicht einmal einen anfangen. Dann gehe ich halt wieder. Nö, ich wollte eigentlich gerade woanders, also. Ich glaube, ich kaufe da unten irgendeinen Scheißladen. Ich weiß nicht, ob ich da Geld bekomme, wenn ich das abhole oder ob ich das immer bekomme, jeden Tag. Wäre cool, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ja, kein irgendwas billiges. Ja, das passt. Na, komm, drei Prozent, ich will den Laden. Hm, schon besser. Kaufen. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh, schon passiert. Der Laden gehört einer Abenteurerin. Cool. Alle fünf Minuten bekommen wir jetzt den... Äh, alle fünf Minuten... Alle fünf Minuten bekommen wir... ...Geld von dem Ding Spielverwaltung. Fortschritt speichern, genau. Schnell speichern, okay. Und... Ich will ne Scheiß-Quase machen, Zivik. Noch 48 brauche ich hier. Morningwood, war ich da schon? Ja, ja, aber hier gibt es doch... Ach, da hinten ist auch noch was. Zu Tode gelangweilt. Max und Sam sind tot und gelangweilt. Zehn, fufzehn... Näh. Näh. Näh, ich will irgendwas Großes haben. Im Abendbrothaus, was ist da? Eine Dämonentür. Und die zweite Quest finde ich nicht. Ich dachte, da gibt es zwei. Nö. Achso. Ja, dann muss ich anscheinend doch... Hm, ich bin verwirrt. Anscheinend muss ich dann doch... Ähm... Irgendwas machen. Die da hinten. Äh, das sind dann zehn und 15 sind 25. Und irgendwie 40 brauche ich. 48 oder so. Ja, reiß hin. Scheiß Stuhl. Ich renne einfach vorbei, okay. Das ist... Ob ich jetzt noch ein bisschen kämpfe oder so. Bringt mir das nicht auch... Äh... Gildenziegel ein. Warte mal. Das könnte interessant sein. Ich mach mal eins voll. Ah, das bringt mir auch so sein. Cool, okay. Reicht. Ach, drück mal deine Heilungstaste. Und dann rennen wir halt hier weg. Ich brauche jetzt noch 44 oder so. Ich hab's vergessen. Ach, da hinten muss ich hin. Oh, man. ... ...